hallo zusammen willkommen zu einer neuen folge die sims und ich würde sagen vor schillock ins bett geht würden wir auch noch mal hier diese streichtradition schnell machen wenn es irgendwie möglich ist das habe ich nämlich ganz verpeilt muss ich sagen und zwar was müssen wir machen klick auf einen anderen sim ach ja geburtstag feiern wollten wir auch noch mehr steht hier draußen das ist kassandra junge erwachsene hat sich auch verändert naja gut bin ich mal gespannt schillock schläft genau das ist okay was wollte sie noch mal machen sie experimentiert noch welches level haben wir sie gepusht level 80 das gleiche 9 schon er für den streichtag klick auf einen anderen sim wähle unfug und dann eine der unfug optionen um teilzunehmen okay also man muss einfach irgendeine dieser aktionen ausführen dann machen wir das mal ich hoffe dass es die beziehung jetzt nicht ganz verschlechtert oder so unmögliches rätsel hört sich gut an schicke erhält manchmal mehr mental fähigkeit beim recherchieren auf simpedia und spielen des rechenspiels am computer außerdem kann sie jetzt mentale telepathie versuchen oh das ist cool also gut dass sie mehr in mental fähigkeit kriegt ist glaube ich ziemlich irrelevant für uns weil sie ja dann eh nur noch ein level hat was sie machen muss aber das andere mentale telepathie ist hat sich irgendwie cool an das sollten wir mal probieren so an das hör mal auf mit malen ihr müsst jetzt mal kurz euch streiche spielen damit ihr eure tradition erfüllt unmögliches rätsel los okay die setzen sich jetzt zusammen auf die couch los anissa löst das rätsel hallo machen die was okay das war eine positive interaktion müssen entscheidend noch mehr davon machen und anissa muss es andersrum dann auch noch mal machen so wer schreit hier schon wieder du äh baby pflege ich weiß nicht genau vielleicht kann man die schmutzigen windeln halt mit dieser baby pflege nicht wechseln oder oder geht es doch geht okay naja ähm hashi hat auch schon wieder hunger unwohl ja dann lass schlafen nochmal weg öffnen ähm ähm äh wann sind die verdorben 14 stunden einen übrig ja dann nimm mal kuchen ich glaube sie kann wieder einen kuchen essen wir haben ja jetzt lange normale gerichte mit ihr gegessen ein pinkes bild ja ist okay ähm hier unten können wir jetzt nicht mit aufs klo dann geht anissa jetzt mal gerade oben ist glaube ich in ordnung und shigi hat das klo kaputt gemacht ach man ey die ist noch was wenn sie duschen war dann können wir anissa das hier noch wegtun lassen oh bei die brauchst du lang egal machen wir trotzdem ah ja gut ist eh nur beim mülleimer so dann machen wir hier nämlich nochmal ein bisschen unfug was probieren wir noch aus äh ich weiß nicht ob das auch klappt wir können mal verschwörungstheorie mitteilen machen sollte eigentlich funktionieren wahrscheinlich ist ja trotzdem auch was unter unfug und da stand es geht alles davon und was hält shigi von verschwörungstheorie ja es gibt aliens und piraten schätze naja das hat geklappt nee nicht beleidigen oh man woher anissa das ist deine tochter oh Leute ey ich verstehe das manchmal nicht unfug falsche schlechte nachrichten das ist alles irgendwie bescheuert zu falscher party einladen nee hör doch auf sei doch nicht so gemein oh mein gott so und du machst danach unfug ja gut dann machst du halt das kannst du dich entschuldigen anissa du warst gemein nicht shigi shigi entschuldigt sich nicht ja okay dann keine ahnung das hat auch noch nicht gereicht aber die scheinen das scheint positive interaktion zu sein trotzdem hier absurdes gerücht können wir nochmal machen und hat zwar jetzt gereicht ne aber es ist irgendwie gelb geworden was bedeutet das doch gelb bedeutet eigentlich abgeschlossen oder normal kriegen wir dann hier so einen erfolg okay es hat hier auch nicht gereicht also anissa muss auf jeden fall noch unfug über karriere lügen hatten wir noch nicht so bullshit level 4 sozialfähigkeit erreicht shigi hat manchmal bessere stimmung wenn sie am computer sim tv schaut mhm baby service äh service ja äh baby äh effiziente baby pflege nein stolz vorzeigen nein scheiße geht nicht oh man wir könnten hier natürlich auch schon älter werden lassen äh füttern hüpfen was auch immer hüpfen bedeutet gemasse schneiden schon gar nicht gruselig ne gut dann kannst du das wegschmeißen ah sie kann das nicht verwenden ist schade ja ganz toll in vorn produzieren äh provozieren das genau das was wir noch brauchen heutzutage es gibt noch nicht genug trolle nein steht der stuhl jetzt schief ne er steht richtig oder steht glaube ich richtig naja aber shigi muss jetzt echt dringend ans bett aber ich bin mir nicht sicher ob das abgeschlossen ist jetzt ist bei beiden gelb wieso kann ich das nicht sehen ah doch bei ihr ist der haken aber ähm nicht mehr der blinkt nicht mehr hier kann sie das nebenbei nochmal machen vielleicht wir haben noch eine unfugaktion erschrecken und danach schicken wir sie ins Bett ne es geht nicht nebenbei schade na gut dann müssen wir kurz warten bis Anissa fertig ist für Tourtalk ah ok nevermind ja dann ist eh egal der Tag ist vorbei nach zwei Uhr dürfen wir nicht mehr dann gehen wir schlafen oh Gott wir sind schlechte Eltern zwei Uhr und die geht noch nicht schlafen wie alt ist sie zehn äh der Feiertag äh streicheltag war fantastisch shigi hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun was sie geplant hat und Anissa auch ja perfekt so dann lassen wir Anissa das noch reparieren und dann geht's schlafen ähm mmm oder 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 wollen wir noch einen Kuchen backen es ist immer noch einen Tag früher dann als ähm als Schilock eigentlich altern würde können wir auch mal einen Honigkuchen probieren wir haben noch nie einen Honigkuchen gemacht ich hoffe dass man das da auch drauf machen kann äh Tuning Teile sehr gut weil ich glaube wenn wir sie jetzt aufstehen lassen und aufs Töpfchen gehen lassen was wir jetzt auch tun sollten weil sie sich sonst wieder in die Hose macht dann sollten wir eigentlich das Level kriegen und dann haben wir alle auf drei yes here it is ja und dann können wir jetzt mal schauen ja das muss wieder in der Mitte stehen herrgott ey äh Geburtstagskerzen hinzufügen boah ey die kippt uns aber auch gleich weg hier ähm helfen Kerzen auszublasen Schiller können wir sonst auch niemanden nehmen so jetzt mach bitte mal bevor du hier bevor du umkippst und dann wisst ihr was wir lassen die ja auch noch alle altern älter werden älter werden dann sehen die nämlich auch frei wenn Anissa wieder ähm ihr Baby bekommt so Schilock it's time alles Gude äh Engels gleich Vielfraß na klasse diese Sims reagieren häufig negativ auf Hunger haben immer Spaß am Essen unabhängig von der Qualität des Essens essen auch verdorbene Speise und können im Müll nach Nahrung suchen yay ähm was wählen wir denn hier mal wieder von Bestreben ne können wir da nochmal wieso können wir nicht sehen äh wir können auch nicht sehen was genau man machen muss mhm was nehmen wir mal für Schilock sozial ist immer so ein bisschen anstrengend kann man sein dass es nur anstrengend für mich ist äh ne nehmen wir mal Kreativität für sie und versuchen die mal abzuschließen ähm vielleicht schaffen wir bei Shigi nämlich auch die ähm die Mentalkarriere fertig so dieser Sam hat Glumanda ein Geschenk geschickt es wird bald mit der Post eintreffen dieser Knoss hat Glumanda ein Geschenk geschickt wieso schicken die nur Glumanda äh Glumanda ein Geschenk ähm hier holt das Smiler mal da rein öffnen äh ja holt die Scheiße da mal raus wenn da nichts mehr drin ist brauchen wir es auch nicht da drin liegen haben so und auch Glumanda hat Geburtstag anhänglich diese schüchternen Kleinkinder gehen sims außerhalb des Haushalts aus dem Weg und werden traurig wenn sie zurückgelassen werden wenn sie unterrichtet werden erhalten sie zusätzliche Fähigkeit okay das ist halt so gut wenn wir mit Anissa mit Glumanda lernen ähm weil er dann schneller lernt sie holen sich schneller von schlechter Laune wenn sie getröstet werden oh das ist gut ich dachte das hätte immer diesen Effekt aber offenbar nicht okay ja nehme ich was soll denn das ach so ja gut dann räum es mal auf hier ist nämlich immer noch Schokotorte drin warum nehmen die denn raus ohne Teller ja jetzt mach mal hin genau absetzen so äh wollen wir denn das Tablet ist das bei dir noch im Inventar ja so äh ja dann viel Spaß würde ich sagen könnt direkt anfangen und mit was fangen wir an du fängst mal mit Blickblock an so ah ja Twitter kriegt von jemand anderem dann Geschenke Leo wer ist denn Leo aber nicht sein Vater oder okay und herzlichen Glückwunsch Tourtalk Mann das lohnt sich ja wieder richtig heute äh ne wild ähm das hatten wir schon mal genau sind schneller in Bewegungsfähigkeit ja okay kriegen wir hin das ist okay äh okay Tourtalk müsste schlafen das passt eigentlich ganz gut dann kann Glomanda spielen und Tourtalk geht schlafen und Anissa geht jetzt auch ganz dringend schlafen die müssen wir zwischendurch dann aufstehen lassen zum Essen ja aber das passt schon so und wenn du gegessen hast kannst du direkt Hausaufgaben machen damit du die gemacht hast ich denke mal sie muss jetzt am Montag noch nicht in die Schule as always oh was haben wir denn hier alles für Feiertage holy shit aber die kommen auch so random rein oder die waren die ganze Zeit nicht da also den hab ich gesetzt das weiß ich aber ich bin mir ziemlich sicher dass danach keiner war hm und hier hat Shigi auch schon spätestens Geburtstag aber wir können Shigi wahrscheinlich schon heute altern lassen naja dann schauen wir doch mal jo toll ganz toll ähm no Shigi ist auch noch nicht ausgeschlafen ne oh ich hoffe sie wird überhaupt ausgeschlafen wir haben sie echt zu spät schlafen geschickt weil die muss auch bald schon wieder aufstehen weil er in Schule ist oh man aber wir haben sie Zusatzaufgaben machen lassen und alles das heißt wenn sie nach Hause kommt müsste sie noch einmal konzentriert Hausaufgaben machen dann schafft sie den nächsten Meilenstein und sie braucht eigentlich nur einen Mentalpunkt ähm dann haben wir das Bestreben glaube ich abgeschlossen das wäre ganz nice wenn wir das schaffen ich weiß doch nicht so richtig ob das überhaupt irgendwas bringt aber ich würde es gerne mal ausprobieren so sie hat auch die Hausaufgaben schon fertig gemacht dann kannst du das wegwerfen ja mach dich einfach mal ein bisschen nützlich hier Shigi muss in einer Stunde in der Schule sein ähm braucht man hier irgendwas Hausaufgaben 75% erledigt warum hast du die nicht fertig gemacht bist du blöd was soll denn das macht die Gefängs fertig ja Shigi muss halt in der Schule ein bisschen was essen ne so Hausaufgaben fertig nice ja können wir sie können wir sie schlafen schicken mh Hunger, Energie ja dieser Kuchen macht halt auch nicht so richtig satt ne äh wir brauchen Fähigkeit Level 2 in irgendwas so dann gucken wir uns das Bestreben mal an zwei Bilder zeichnen wenn inspiriert wie macht man also es gibt genau es gibt inspirierende Duschen Dusche nachdenklich lies oder für richtig kreative Arbeit damit inspiriert ähm dann duschen wir mal nachdenklich und machen danach dann vielleicht so ein Bild so Shigi du musst aufstehen du musst in die Schule here we go gut dann läuft das schon mal also Shigi sollte später dann zurückkommen und ne 1 haben wenn alles richtig läuft und du malst jetzt inspiriert Bilder zwei Stück ok ne die müssen wir gleich schlafen schicken ach man ey geht ja jetzt ein richtig blöden richtig blöden Rhythmus 1200 wird auch immer teurer oder kannst du endlich es mir einbilder ähm ui ja Glumanda müsste auch mal dringend schlafen die müssen wir dann gleich auch was essen lassen aber ihm geht's noch ähm jetzt sagen wir wecken Anissa mal auf und machen jetzt mal alles fertig was gemacht werden muss damit's den Kindern wieder gut geht äh auf jeden Fall muss sie als erstes auch was essen dann geben wir ihr sowas äh Glumanda geht pennen Turtalk schläft noch ist okay Glumanda muss auch bald was essen sie malt ihr Bild noch ist in Ordnung hat sie aber gleich fertig da können wir sie gleich ein zweites malen lassen so im Inventar platzieren von mir aus so dann haben wir hier jetzt eins von zwei ja und das geht noch drei Stunden dann lasse ich sie direkt das nächste malen dann machen wir jetzt so ein Fahrzeug ähm Hunger Energie ist bei ihr kann sich was zu essen rausnehmen gut da brauchen wir gar nichts kochen für das ist gut äh dann geht Anissa aufs Klo und duschen und du gehst nachdem du das Bild gemalt hast wie viel von dem scheiß Schokokuchen haben wir noch fünf Stück noch ne komm du isst mal so ein Gericht ähm ja und danach schicke ich die auch schlafen die ist soweit eigentlich auch mhm du kriegst dann dieses Zimmer hier das ist Kreativitätszimmer hab ich jetzt einfach beschlossen wo ist eigentlich nochmal die Gitarre hin ach ne die steht da okay ist schon mal gut okay 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 dann haben wir alles dann stellen wir jetzt noch was zu essen raus für die Kleinen äh die haben nämlich mit Sicherheit bald beide Hunger ich mein Glomanda hat ja schon Hunger ähm genau nicht dass die uns wieder die Kinder wegnehmen wollen wie immer ähm genau und Shigi ja Shigi kann sich auch einigermaßen alleine versorgen dann dann müssen wir ja dann nochmal einen blöden Kuchen backen wobei vielleicht können wir den aus dem Kühlschrank noch nehmen da fehlt noch kein Stück glaube ich ach dass es sich immer überschneiden muss und dass es dann immer die Aktion canceln muss so nicht für dich schnelle Mahlzeit auch nicht für dich so und gute Nacht perfekt so dann isst du das da und du isst das da und ich glaube du isst es auch direkt du bist nämlich ein bisschen pissig ach cool die stehen einfach alle auf und du gehst danach wieder schlafen na guck mal der hat schon bald seinen ersten äh Laufenpunkt ja so hab ich mir das vorgestellt jetzt halt doch mal die Klappe man die essen doch schon hm nein der pinkelt in die Hosen oh warum eigentlich ach ich würde das so gerne wegixen können ja toll das fängt wieder klasse an gut aber der muss auch nicht weiter schlafen dann bist du jetzt dran mit irgendwas lernen oh man lass das Teplotop jetzt einfach auf dem Boden liegen so jetzt lassen wir dich lernen du hier machst Sozialkram okay ja dann sind wir doch soweit die schläft der schläft der lernt Anissa schläft auch ah ja perfekt ne kann grad nicht ich schlafe man wie sah Floor echt okay dann müsste jetzt gleich Shiggy auch nach Hause kommen und dann können wir sie vielleicht heute noch altern lassen das wäre doch ein Träumchen Shiggy hat heute gearbeitet und ist jetzt eine Grundschülerin nice ah Schulprojekt ja ich freue jetzt nicht mehr unbedingt zumindest nicht mehr in der Altersstufe ich weiß nicht zählen die auch noch wenn sie dann älter wird hm das ist blöd dass sie jetzt energiegeladen ist kann sein dass das konzentrierte dann nicht das überschreibt hm oh ich lasse hier mal jetzt ein Stück Kuchen erst essen ähm ja es kann sein dass sie dann das nicht reicht um konzentriert zu werden wobei das hier nur eine glückliche Erinnerung ist äh ein glückliches Gefühl ist und das verstärkt glaube ich nur das energiegeladen wenn ich das richtig verstehe ähm hm okay jetzt haben wir drei glückliche Sachen ach ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz mit den Gefühlen aber soweit ich weiß ist nur dass sie das was dafür sorgt dass sie energiegeladen ist wegen dem aufregenden Schultag wir können mal probieren wenn wir jetzt ähm Aktion über Denken machen ob sie davon ich glaube wir wecken sie auch mal auf ähm wecken sie mal auf damit sie heute Abend nämlich wieder schlafen kann Level 5 der Kreativitätfähigkeit erreichen mit drei Spielsachen spielen das kriegen wir hin äh spiel doch erstmal mit der Katze genau dann gucken wir mal ob das sie konzentriert werden lässt ja scheiße das ist nämlich jetzt hier hinten und zählt nicht richtig kacke wie kriege ich das wieder weg wie kriege ich das weg oder kann ich irgendwie noch konzentrierter werden sodass es darin umschlägt vielleicht wenn wir die ähm das Schulprojekt machen ließ sein Buch etwas lesen ja weiß ich aber nicht ob das so funktioniert ehrlich gesagt können sie sonst mal ihr Schulprojekt anfangen lassen kann auch sein dass sie dadurch auch konzentriert wird hey das ging aber schnell zählt aber schon als eins jetzt spiel mit dem Auto nochmal hallo wie schnell spielst du zählt auch scheiße wir haben kein drittes Spielzeug oh so schnell habe ich das noch nie gepusht ja richtig effizient heute aber auch hier hier der Drache oder das geht bestimmt auch spielen Adrenalinschuh Fitness ich glaube ehrlich gesagt dass sie kein Fitness mag ich hatte sie als Mental Buddy verbucht man das passt jetzt gar nicht Schicky nein du magst keine Fitness du bist ein Couch Potato ach so wo hat sie das denn jetzt hingestellt beginnen vorsichtig zu arbeiten so und dann gucken wir mal ob sie davon vielleicht ja okay we got it vier Stunden vielleicht hält es aber nicht ich bin mir nicht sicher ob das anhält aber so ist sie konzentriert das ist das was wir wollen hallo nein Hausaufgaben machen ne scheiße okay dann lassen wir sie das ein bisschen länger machen das ist blöd was das nicht anhält ach okay keine Ahnung müssen wir nochmal schauen ob wir das hinkriegen heute mit ihr auf jeden Fall sind die anderen soweit good to go ähm ich habe mit drei Spielsachen schon gespielt und soll sie einfach weiter an den Bildern hier malen im Inventar platzieren so da kann ich jetzt gar nichts ach man das ist irgendwie so ein bisschen blöd ah okay und hier haben wir auch für den Notfall noch so einen ähm Hubschrauber stehen okay ja man ey hier ist das von dem Essen weggegangen ja das wird weggehen wenn ich sie wegklicke wieder aber wie kriege ich das denn dauerhaft weil sie hat ja sie hat es sorgfältig gearbeitet weil vorsichtig an einem Schulprojekt gearbeitet hat so hält es da nicht länger man sollst nicht energiegeladen sein ah damn scheiße wenn ich jetzt einen Emotionsdrang trinken könnte es halt alles zerstören aber das hier hält noch fünf Stunden das ist zu lange ne das ist 23 Uhr da muss ich pennen ach scheiße wie machen wir das denn jetzt ich trinke einen Emotionsdrang was hat das jetzt gemacht nein ekliger Glipper weil Zauber dran gedrungen hat ich gebe dieses Gemisch war einfach nur eklig toll na dann ist ja gut dass wir noch andere Emotionen haben Geschirr spülen naja trink mal den anderen noch vielleicht kriegen wir und was hat das jetzt gemacht gar nichts anderes ach schade ich hätte gedacht dass man mehrere vielleicht haben kann ähm Herbstbastlerarbeiten ich lasse sie den letzten auch noch trinken nein ah ne sie muss nur aufs Klo ok schade anscheinend gibt es nur ekliger Glipper vielleicht sind ihre Emotionsdrängen noch nicht so gut ich meine sie hätte ja auch erst drei gemacht hm ja dann ehrlich gesagt Leute schick ich sie schlafen dann muss sie halt früher aufstehen und dann machen wir heute Nacht irgendwann Hausaufgaben wenn das Energiegeladene weg ist weil ich wüsste nicht wie wir sie sonst konzentriert kriegen weil die Sachen sich gegenseitig so negieren irgendwie schade aber geht dann glaube ich nicht anders ne der hat auch in die Hose gemacht ach ihr Dreckschweine ehrlich ekelhaft ekelhaft ach die machen mich wahnsinnig na gut äh ja und dieser Knosp steht auch vor der Tür gut dann schauen wir mal in der nächsten Folge ob wir es vielleicht mal hinkriegen die rechtzeitig aufs Klo zu schicken äh dann ja sie kann das hier weitermachen das klappt ganz gut da kommen wir gut voran und mit Shigi versuchen wir dann heute Nacht äh ja super äh Piratenschiffspieltum ja mhm mit Shigi versuchen wir dann konzentrierte Hausaufgaben zu machen äh ich hoffe das wird funktionieren aber mal sehen äh ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüss